4. September 2023, Ostsee Bad Warnemünde, Hotel Neptun. Von der Sky Bar aus haben die Gäste einen fantastischen Ausblick auf die Ostsee. Diesen exklusiven Ort nutzt der Verein Region Rostock Marketing Initiative für seine monatliche wirtschaftspolitische Veranstaltungsreihe, den Rostock Business Club. An diesem Montag war Wolfgang Schäuble, Jahrgang 1942, zu Gast. Urgestein bundesdeutscher Politik, seit 1972 Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemaliger Innenminister, Finanzminister und Bundestagspräsident. Herr Dr. Schäuble ist ja ein Politiker, den man in Deutschland kennt, der sehr viel für Deutschland erreicht hat. Ich sage mal, das eine ist der Wiedervereinigung. Er war Finanzminister oder hatte verschiedene Ministerposten. Und ich glaube, dass wir, und das würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen aus dem Leben wirken und aus den Erfolgen dieser tollen Persönlichkeit was erfährt und vielleicht auch was für sich ableiten kann. Wolfgang Schäuble reflektierte in seinem Vortrag den deutsch-deutschen Einigungsprozess. Für die Menschen in seinem Wahlkreis in Süddeutschland hätte sich ja nichts geändert, während die Menschen in Ostdeutschland einen riesigen Transformationsprozess hinter sich haben. Wenn das Erreichte heute wieder in Frage gestellt wird, dann haben viele Menschen gerade im Osten damit ein Problem. Schäuble sieht in den Herausforderungen der Gegenwart Chancen, die wir ergreifen müssen. Der Westen kann da vom Osten lernen. Auch in Sache Ukraine-Krieg spricht Wolfgang Schäuble klare Worte. Wir haben geglaubt, dass der Frieden selbstverständlich sei. Und dass mit der Wende und mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation der ewige Friede, jedenfalls in Europa, ausgebrochen ist. Leider war das ein großer Irrtum. Wir wollten es lange nicht sehen. Man hätte ja sehen können, was passiert. Und jetzt müssen wir leider verstehen, der Krieg richtet sich ja nicht gegen die Ukraine. Die Ukraine hat ja Russland nicht bedroht. Auf die Idee ist noch nicht einmal Putin gekommen, sondern was Russland, wovon Russland oder Putin sich bedroht fühlt, ist die Idee einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, die auch noch wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand generiert. Politiker wie Wolfgang Schäuble können mit ihren Erfahrungen Entspannung in politische Prozesse und Krisenmanagement bringen. Die Mitglieder des Vereins Region Rostock Marketing Initiative haben seinen Ausführungen andächtig gelauscht. Hoffnung für die Politik an einem wunderschönen Spätsommerabend in der Skybar des Hotel Neptun. Mehr geht nicht. Ein ausführliches Interview mit Wolfgang Schäuble können Sie im Internet unter mv1.tv aufrufen.